Alter, irgendein Stück komischen Klamotten. Alter, komisch ausführen. Oh geil, fuck you. Der kickende Kicker. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Oh, jetzt durch die Lücke? Ah, fuck yeah. War nicht so geplant. Blöds machen. Jetzt haben wir Osama Bin Laden. Aus dem Weg. Arschtritt. Was ist das denn da in der Luft? Ein Schuhranzen? Wie kommt der denn da hoch? Oder was ist das? Ist das ein Osterei? Irgend so ein Ei. Was hat er da oben? Ich hab noch nie gesehen. Das sind neue Skrips. Importiert aus Amerika. Das ist verdammt schwer, Menschen zu finden bei so einem NPC-Server. Ihr fragt euch ja immer, Samo, warum machst du nicht mehr so viel Gambo wie früher? Die ist das, unser Bruder, das Ding ist einfach. Ähm, die Server, Bruder, überall ist Waffenlizenz und so. Du kriegst Waffenladen, gar keine Waffen und so. Oh, da sind Leute. Nice. Jo, hallo, es geht. Ich wollte einen Roller aufmotzen, falls es möglich wäre. Was ist denn los? Was hast du denn jetzt? Ich dachte, da kommt jetzt so eine Kinderstimme. Gibt's da irgendwas dran auszusetzen? An meinem Aussehen, oder wie kann ich das verstehen? Ich glaub, der Schmuck hat Kommen Badway nicht aufrußen. Warte, ich hab nix gemacht. Wir können keinen Roller tunen. Mister, Mister, ich mach einen auf Macker. Geh einfach vorm Gelände, mach keinen Stress und fertig ist. Ich will, dass mein Roller aufgemotzt wird. Würde ich sagen, steig ich ein, ähm, dann verdufte ich. Das wäre besser. Kann ich dir weiterhelfen? Ja, grüß dich. Das ist doch unglaublich, Mann, ey. Welcher Opfer macht 2024 eigentlich noch RP? Auf real? Jetzt ernsthaft? Also so Opfer bei Final City, die ein bisschen blasen wollen bei anderen Streamern, damit sie ein bisschen Reichweite bekommen, so. Aber welches Opfer macht heutzutage noch RP? Geht's auf ernst? So off-stream? Ich würde RP niemals spielen, wenn man, äh, damit kein Content machen könnte. Videos produzieren könnte oder Streaming-Content. Wenn es das nicht geben würde, Bruder, ich würde, valla, niemals RP spielen. Ich würde diese Scheiße nie im Leben freiwillig, in meiner Freizeit, mir geben. Oh, guckt euch mal dieses Opfer, Bruder. Wurde komplett abgezogen, kannst du bitte helfen? War 10k. Über Jahre bezahlt und ich wurde einfach per Mal gebraucht und bekomme kein Zeug. Was soll ich tun? Geh den Banner abholen bei mir, weil du ein ... Mist, letztes 7 Tage nach, ich lösche im Bann. Ey, ihr wisst gar nicht, wie akkur mich das macht, wenn Menschen bei mir angekrochen kommen und plötzlich wollen wir verlangen, dass ich wie sie irgendwie irgendwelche Sachen erledige, Sachen expose oder sonstiges, das fackt so ab, Moruck. Die denken, ich wäre ein dummer Idiot, ich erkenne direkt, dass das irgendwelche Moshis den, die Schwanz lutschen wollen, so. Tod abkommt. Guck, wie, wie es sich das aussieht. Jetzt gibt es so viel geschenkt von der ganzen Szene. Was? Könnt ihr gar nichts ändern? Ich guck mal, wir zurück teleportieren, oder? Wenn nicht, dann leben die eigentlich in der Steinzeit, weil kein Zeug hat das heutzutage noch, dass man sich nicht zurück teleportieren kann. Backpfeil für du fette Schachtel. Nackenschelle. Äh, ich denke, machen wir zurück teleportieren, aber mal gucken. Ja, Bruder, ich kann mein Aussehen erstens nicht wechseln, keiner ist in der Einreise. Kannst du mir da weiterhelfen? Ja, das wäre sehr nett. So, ich bin dann ready, ja. Wie bist du wohl gekommen, mein Bruder? Äh, rein zufällig. So, einen guten RP-Sauer. Hab, äh, Gefühl, hier bin ich schon auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Hast du mal Ausweis für mich, mein Bruder? Na, klar doch. Kann ich dann in die Start-RP machen? Oh, sehr nett, danke dir, sehr korrekt. Sehr korrekt. Super, super, sehr nett von dir, danke dir vielmals. Aber es geht ja ordentlich ab. Die vibriert ja wie sonst was. Da bin ich auch wie immer sehr dankbar, dass du mir das gegeben hast, danke dir. Aus dem Weg, Arschloch. Abseilig. Oder ich hasse NPC-Server, yo. Nehmen wir mal direkt das geile Auto hier. Aus, Arschloch. Oh, nein, nicht diese Kacke schon wieder. Hier kriegt die Dirk einen Bug ab wieder. Oh, Mann, hier ist einfach niemand, Bro. Kein Wunder, warum der mich nicht eingereist hat. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich auf Server, die fast keine Spiele haben, meistens eher draufkomme? Weil die noch nicht groß genug sind und die lassen mich halt so drauf, oft. Server, die ein bisschen größer geworden sind, die brauchen mich halt dann nicht, oder? Eigentlich voll schäbig. Jetzt werden wir ja wohl wieder selber wechseln, was soll ich sagen? Ey, was haltet ihr von NPCs? Ich finde, NPC-Server sind so Müll, ne? Was heißt das denn für ein lappiger Spasti? Ah, ich erinnere mich an das, ja. Ich hoffe, man kann hier auch Autos klauen, sonst kriege ich die Krise. Oh Gott, Bruder, ich kann's nicht mehr. Bro, ist das dein Ernst? Oh Mann, ey, das macht mich so aggressiv. Warum zum Teufel kann man nicht in Autos rein? Bist du, du fette Sau. Oder warum kann man keine Autos klauen? Wie dumm ist das? Oh, oh. Das sind NPCs. Ohohoho! Ich bin euch. Beste NPCs. Die Rettung. Mann, es nervt so, diese Leute so lange zu suchen. Ich hasse NPC-Server. Es gibt nichts, was ich mehr als NPC-Server. Guten Tag, kann ich helfen. Was geht ab, Alter? Ich wollte im PD einen Job machen. Und Sie wollen hier beim PD arbeiten? Ja, das wäre super. Woher haben Sie den Krankenwagen? Den habe ich geklaut. Und dann wollen Sie trotzdem noch beim PD arbeiten? Mmmh, genau. Denken, das hilft Ihnen jetzt? Ey, du Penner, du quatsst mich nicht so blöd an, ja? Und gibst mir sofort den PD-Job, ansonsten setzt es. Eine Ohrfeige. Okay. Hast du mich gehört? Dann kommen Sie mit, dann kriegen Sie es. Dann geht doch, meine Fresse. Das war der erste Arsch, damit du es verstehst. Mhm. Schwanzlutscher. Lötst du gerne Schwänze? Ja, Mann. Officer. Lötst du gerne an Schwänze? Oh, dann lötst du am liebsten. Ist so, dann komm, du lötst gerne an Dildos. Hab ich mich da verhört, oder? Natürlich. Ja, dann beeile dich und gib mir den Job, du Arschloch. So, Sie gehen sich erst mal bitte ordentlich anziehen. Ja, passt. Peace, homie, let's go. Nein. Ey, du Arschloch, du gehst, du hörst das, was ich dir jetzt sage. Ja, dann hau ich dir gerne auf die Fresse. Okay. Komm, bewege deinen Popo. Meine Fresse, Alter. Denk dich, ich hätte den ganzen Tag zuhört. Dann kommen sie da auch mit und laufen nicht einfach so durchs Pw. Ja, leck mir die fetten Keule, meine fette Keule ganz so schrumm. Genau. Ganz so schrumm, bis sie glänzt wie die Glatze von Kales. Genau. Gehen Sie schon mal rein, ich hole in der Zeit die Papiere. Schneller. Gehen Sie schon mal rein. Ja, bewege deine Haar, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Fresse, ey. Da bleiben sie erst mal dran. Ich bleib, ich bleib deine... Dann kommst du aber in den Augen mehr rein, ja? Und was willst du jetzt machen? Hm? Taser. Kein Problem. Das haben wir gleich. Ach, Tika, ehrlich. Ja, nix, du bist nicht so frisch. Auf dem Boden, du Arschloch. Nix, mal bietest du mir sofort den Job, ja? Ansonsten müssen wir da andere Geschütze auffahren, mein Lieber. Wird jetzt mal die Keule rausgepackt. Ah, dann wollen wir mal Officers hin. Officers, Officere. Mir legst du nicht, mir, mir legst du dich auch ein bisschen nicht an. Ansonsten wird dir Popo versohlt. Das siehst du doch. Hm? Was sagst du zu deiner Verteidigung? Was sagst du zu deiner Verteidigung? Hallo, Officer? Ich höre nichts. Machst du ein kleines Niggerchen, oder wie kann man das verstehen? Hm, dann halt nicht Arschloch. Kannst du mir die Popper zu lecken? Ich verabschiede mich dann, ja? Mach's gut. Oh, auch nicht. Ah, ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen. Oh, wie ist das schön. Oh, Officer, es klingelt aber das Telefon. Da muss man mal rangehen. Officer, es klingelt. Oh, ne, inkompetent. Aber das bringt nichts. Dann können wir nicht abbrechen. Officer, geht doch jetzt mal dran, meine Güte. Du bist so dick in der Nackenstelle, komm. Hab eh nichts zu tun. Hab eh nichts zu tun, mein Lieber. Damit du mich auch nie wieder vergisst. Wir machen mal jetzt so eine Session mit dir. Ich bin gar nicht gut gelaunt, ja? Komm mal nach hier. Es reicht mir jetzt hier mit dir. Machst mir die Arbeit nicht schwerer. Lass mich mal in den Rund nicht vermöbeln. Ja, komm, in die Mitte. Vermöbelung. Noch eine Vermöbelung, kein Problem. Nackenklatscher. Oh, ich glaube, da ist ein Support gerade. Was ist dieser hier? Dieser Bleach sagt. Willkommen, Support. Wie kann ich dir helfen? Ja, grüß dich, kleiner Mann. Ich wurde eben von einem Polizisten eingesperrt im Piri. Und das fand ich nicht so korrekt, weißt du? Wollte was machen? Äh, ja. Warte kurz, ich hol kurz jemand anderen dazu. Ja, klar. Jo. Ja, grüße dich. Wurde im Piri fälschlicherweise eingesperrt vom Pidila. Baggerwiesung. Ja, hast du einen Clip? Ich bin gerade im Pidi eingesperrt. Das reicht, oder? Wer ist denn das da oben? Ist das der Pidila? Äh, jo. Dann kannst du mich mal runterholen, dann können wir es ja zusammenklären. Ich bin ein Missverständnis. Ey, der Bleachzock hat mich einfach fälschlicherweise ohne Grund, ähm. Erstmal machst du den Stream aus. Erstmal machst du den Twitch-Stream aus, mein Gott. Alter, beruhig dich mal, ja. Ich rede hier gerade, ja. Ja, mach den Twitch-Stream aus. Ey, Samu, ich weiß, dass du das bist. Also alles gut, ja. Du hast gar kein Recht hier zu streamen. Ja, ist ja cool, ist ja cool. Mach ich ja nicht. Sehe ich anders, aber egal. Wie kann ich dir helfen? Was willst du hier? Er hat mich backabused in die Zelle. Äh, 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 ähm, PD. Einfach, ohne Grund. Weißt du, was ich super finde? Dass dein Stream-Delay hat. Nur gut, dass jetzt vielleicht die Szene kommt, dass ich dich dort eingesperrt habe und du mich dann mit Backabuse reingeholt hast in den Raum. Ja, das sind aber coole Geschichten, die dir da ausgedacht hast. Wie hat eigentlich meine Faust geschmeckt? In deiner Fresse. Ja, du bist lustig, ne? Jo, ich hab nicht gedacht, dass ich lustig bin. Aber ich frag dich nur, wie meine Faust geschmeckt hat. So, scheiß jetzt drauf. Was soll ich dir jetzt sagen, ja? Ich hab ja nichts gemacht. Komm, hol dir mal bitte rein. Mich triggert das sehr, grad, dass du hier bist. Warum? Weil du normalerweise auf ganz anderen Servern rumspielst. Alter, ich hab doch nichts gemacht, Bruder. Ich hab doch eine RP gemacht. Ich bin doch nicht hier dabei irgendwie. Ja, ist doch alles gut. Ist doch alles gut, ja. Aber du hast doch mal als Europel gespielt. Also, warum soll ich denn hier lügen? Also, sei mal ehrlich. Ja, ist doch alles gut. Warte mal, ich schau dir wieder dazu, ja. Aber er hat auf, rumzustressen oder so. Ja, alles cool. Ich bin ganz cool. Also, der Kollege kam einfach nicht, hat irgendwie klar, denke ich mir, dass er einfach nichts machen konnte gegen meinen Mike Tyson RP. Weil es einfach nicht... Was meinst du? Guck mal ganz kurz. Ja, schauen wir mal. Bitte ich ihn, dass er reingeht. Ja. Ja. So, jetzt schließe ich zu. Ja, Bruder, guck mal, er versucht Bug Abuse zu machen. Er schließt mich einfach ein, so weißt du, wie ich meine. Mechanik ausnutzen. Wo ist das Bug Abuse? Ich rede gerade, ja. Das wurde Bug Abuse, dann wurdest du natürlich zurück Bug Abuse. Verstehst du? Und dann willst du den Taser ziehen und dann schütze ich dir selbstverständlich mein Leben. Lass weiterlaufen, lass weiterlaufen. Oder willst du dir die Sachen vertuschen? Dann werden dir selbstverständlich... Also, ich hab jetzt da nichts gesehen von Bug Abuse. Nicht? Wo ist denn der Clip? Du lagst doch plötzlich. Ich lage plötzlich. Und bei mir lachst du plötzlich. Ich hab nichts gesehen. Habt ihr was gesehen, Supporter? Du hast ja, du hast ja, du hast ja, du hast ja schön den Stream an, ne? Also, kannst ja auch mal schön den Replay zeigen. Den Replay? Hm. Ich nehm gar nicht auf. Das ist ja ein Live-Übertrag. Wenn das einmal durch ist, ist es durch. Also, ich, Kollege, sagte eins. Also, du hast auf die Schnauze bekommen und konntest einfach, äh, dir ist nicht eingestehen, dass ich, ähm, wie gesagt, äh, dich erbittlich auseinandergenommen hab, hast den Fußbogen geküsst und das hat irgendwie gar nicht geschmeckt. Und jetzt bist du Flemmen in den Support gerannt. Hab ich recht? Genau. Hier hast du wieder versucht, dich rauszubacken. Genau, Bucketius. Ich hab nur versucht, mich an die, äh, Tür zu lehnen. Ich weiß nicht, was du da für Warmvorstellungen hast. Guck mal, du kommst jetzt hier auf, auf so einem kleinen Server. Warum gehst du nicht die große Server abfucken? Hä? Warum der abf... Warum fack ich denn ab? Ne, ist mir doch einfach, Alter. Bitte schrei mich nicht an, ja? Mein Gott, dein Getrolle kannst woanders machen. Du schreist mich nicht an, ja? Sonst was? Sonst was? Du schreist mich nicht an, ja? Ich schrei dich so viel an, wie ich... Ja, versuch's aber, das traust du dich aber nicht. Nein, nein, pass auf, mein Freund. Such dir doch einfach einen anderen Server, den du abfuckst. Fack doch woanders im Discord ab. Komm nicht hier rein, als wenn du der Gott von 5M wärst. Hör doch einfach auf. Hä, wer hat das denn behauptet? Nehm dir doch einfach einen anderen Server, den du vorst. Bruder, jedes Kind kennt dich von TikTok, Bruder. Nein, du kennst mich, weil du mein Fan bist. Autoram, kein Problem. Adresse erschicken. Ich geb dir Autoram. Nein, 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 pass auf, sei ehrlich. Ich bin jetzt ehrlich zu dir. Ich find's auch lustig, mal deine TikToks durchzugucken. Ey, ohne Spaß, ja? Ich find auch die Reaktionen manchmal echt hardcore lustig. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab den einen auf die Fresse, weil der frech geworden ist. Ja, wow, so schlimm. Er hat doch die Tür zugeschlossen und hat's provoziert. Ja, aber warum? Guck mal, pass auf. Es gibt Server, ja, da kannst du das gerne durchziehen, so, ja. Wir sind jetzt hier, so, wir haben uns gerade wieder neu aufgebaut. Wir wollen einfach vernünftiges RP haben. Ist ja cool, Mann. Ich bin ja gar nicht in Böse gekommen. Ich bin zu Pokémon, wolltest einfach den Fall melden. Ich hab hier weder jemanden beleidigt oder sonstiges. Der Typ war direkt, guck mal hier, ich hab den hier schön Mike Tyson RP gemacht. Das ist auch Buckebius. Was denn für Buckebius, Junge? Das ist Mike Tyson RP. Ihr habt gar keine Ahnung von RP. Nein, pass auf. Es wär einfach super lieb. Verlass einfach den Server, mach's woanders. Was mach ich denn, Bro? Ich will einfach noch ein bisschen RP spielen. Ja, was denn, Alter? Spenden Autos, Alter. Der Raum ist ja schon eingerichtet. Spendenlink. Nein, 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 pass auf. Server 10-Spieler-Pay-Polle lieg ich schon drinnen auf. So ein Server, würde ich aber ernst RP machen? Nein, 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 pass auf. Ich bin ja wohl nicht auf den Kopf gefallen, oder? Lass mich ausreden. Wie? Lass mich ausreden. Ich war doch am reden, du Schmageltatsachen. Ich war doch am reden. Nein, nein, pass auf. Pass auf. Wir haben so eine große Auswahl an Autos, die du halt im normalen Autohaus hier kaufen kannst. Mhm. Ja, erstens. Zweitens, diese Spendeautos sind halt wirklich, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne ein Auto haben, was nur ich habe, und wir nehmen dafür nicht wie andere Server 50, 60, 70, 80, 90, 100 Euro. Ja, nur 20er, wa? Ja, 10, 20 Euro, ja. Aber der Unterschied zwischen euch und anderen Servern ist, andere Server haben 50 bis 100 Spieler, die bereits schon auf dem Server lange Zeit spielen. Keiner. Ich rede doch gerade. Und dein Server hat 10 Spieler und du hast schon 1 oder was auch immer. Dein Server hat 10 Spieler und du hast schon 1 in den Porta, meine Ahnung. Denkst du, jemand, der IQ hat, spielt hier auf Serious RP? Ja. Willst du mir erzählen, dass du jemanden, der deine Miete finanzieht vom Projektleiter, dass er ihn nicht bevorzugt in einem Support-File, wo einer... Nein, 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 nein. Komm doch nicht auf diese Schiene, ehrlich. Du weißt nicht, wie ich... Alter, Server ist noch... Ihr habt 10 Spieler. Bei 10 Spieler. Das ist ja so, als würde ich auf Twitch streamen und hätte zwei Zuschauer und hätte schon Spendeling drin. Ja, wo ist dieser... Jetzt ganz ehrlich, wo ist dieser Punkt, wo du sagst, meine Miete zu finanzieren? Guck mal, euer Projektleiter, wenn er hier mit dem Server Geld verdient. Und der Projektleiter ist ja auch ab und zu jemand, der im Support ist und auch Supporte beurteilt. Und wenn er in einer Partei einer ist, der für den Server Geld ausgibt, der seinen Unterhalt bezahlt von dem Projektleiter und auf der anderen Partei ist jemand, der noch nie Geld ausgegeben hat, willst du mir sagen, dass der eine nicht bevorzugt wird? Nein, der wird nicht bevorzugt. Ja, natürlich wird der nicht bevorzugt. Das habe ich ja auch in den letzten drei Jahren sehr stark gemerkt. Nein, 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 ich weiß. Ich weiß, ich habe dich, ich habe dich, da bin ich ehrlich so auf TikTok-mäßig. Das ist ja ein Widerspruch an sich. Euer Server, 10 Spieler. Guck mal, wie viele Supporter hier sind. Ihr habt wahrscheinlich nicht mal 5 Spieler. Nein, ja. Der Spieler war wahrscheinlich 20-30% eures Servers. Wenn du einen Link reinmachst, wo du sagst, Server-Unterstützung, die ist das und so weiter, ey, da bin ich, will ich selber nicht machen, habe mich damals nicht gemacht, aber dagegen würde ich gar nicht schießen. Aber, dass man den Leuten Autos gibt, die dann viel schneller sind, dass sie dann einfach... Nein, 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 das gibt es bei uns nicht. Nein, nein, die fahren alle... Bro, allein schon, dass du ein Einzelstück hast, ein Einzelstück, das nur du hast. Ja, aber die sind ganz... Das reicht doch schon. Das sind dann aber auch wirklich, guck mal, wenn du jetzt auf den Server kommen solltest und sagst, ey, du gehst zum Auto... Ich will das jetzt nicht hier ausdiskutieren, ist okay, mach was ihr wollt. Ich will euch noch sagen, für mich, wenn ich hier sowas sehe, dass du ein Auto bekommst, für einen 20-30er oder einen Einzelimport, dann mach ich auf so einem Server kein RP. Jeder, der IQ hat, macht das nicht. Weißt du, wer auf so einem Server RP macht? Vielleicht Leute, die gefangen sind, vielleicht. Ja, kann möglich sein. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Ich will gar nicht die Thematik jetzt abspielen, das juckt mich ehrlich gesagt alles nicht. Ich habe nur auf dem Server ein bisschen Action gemacht und habe ein bisschen, der PD-Lays frech gemacht und habe ich die Fresse poliert. Wie wart ihr die ersten, die direkt hier mit dem Stream ankamen und mich erkannt haben und so, lass mich mal mein Ding machen. Wenn ihr ein Problem habt, dann bat mich weg. Was wollt ihr jetzt von mir, dass ihr jetzt mit dieser OEC-Kacke kommt? Ich habe doch nur ein bisschen RP gemacht, man, ein bisschen rumgeboxt und so, Alter. Wegen einem Spiel heult der rum, ja. Was seid denn denn für Kinder? Ihr seid erwachsene Männer, Alter. Ihr seid doch erwachsene Männer, Alter, der PD-Lay. Was heult's denn rum hier wie so eine Mimose? Bist du hier OC-Matt wegen einem Spiel? Ich bin nicht OC-Matt, keine Sorge. Habe ich eben bemerkt, Alter, wie du direkt mit dem Stream-Kampf und so, kommt ja OC-Information, ist da direkt Matt gewesen. Wer juckt das denn, Alter, das ist ein Streamer, Alter. Spiel doch dein Spiel. Wirst du halt verprügelt, bugger bisschen, geh und lass mich spannen. Musst du denn dein Stream jetzt einmischen, weil du jetzt wieder OC, eine Mimose bist. Habe ich irgendjemanden deinen Stream geschickt? Ich habe einfach nur in deinem Stream gezeigt, dass du bist. Alter, du hast aber meinen Stream aufgemacht wie so ein Fanboy direkt da mal nach rein. Ja, weil ich ihn offen habe, ne? Ja, weil du wie ein Fan direkt da drinnen chillst und mir die Eier leckst. Du hast mich schon beim PD erkannt. Vorne hast du mich schon erkannt. Genau, ja, safe. Du hast, ich habe dich ganz viel Zeit weg bei der Eier, weil du mir trotzdem im Bewerbungsgespräch warst, weil du mir die Eier lecken wolltest wieder. Komm, zockt euer Spiel, Alter, halt nicht rum, weil ihr mal auf die Fresse poliert bekommt habt im Spiel. Ja, ey, mein Bester, du redest dich immer wieder raus. Das hat man schon bei den ganzen anderen Servern gemerkt. Und was rede ich mich denn raus? Ja, du sprichst immer wieder drumherum. Bleib doch einfach mal auf einem Punkt. Auf einmal, wenn ich mit irgendwelchen Sachen komme, dann bist du auf einmal mundtot oder was? Du bist so IQ-los, dass du nicht mal checkst, dass ich ganze Ironie anwende, während ich sage, das war doch gut, sehr pedis das. So ein dummer Idiot bist du. Wahrscheinlich chillst du auch deswegen auf einem Server, der fünf Spiele hat und gibst dir Geld aus, weil du ein Versager bist. Ey, ich habe kein Geld hier ausgegeben, keine Sorge. Du bist ein Versager bist du, ein Versager. Ja, ich bin ein Versager. Und? Ja, bist du. Komm doch auf YouTube dann. Freu dich einen runden Keks und bei ich's Ecken ab. Deine Stimme kommt auf YouTube, bist du mit einverstanden? Nein, bin ich nicht. Ja, ich weiß. Ich will es nochmal hören von dir. Kommst trotzdem. Dann zeige ich dich an, mein Bester. Echt, du willst mich anzeigen? Wirklich? Willst du mich anzeigen, wie, wegen was? Ich habe dir jetzt gerade gesagt gehabt, dass du meine Stimme nicht verwenden darfst. Okay, und seit wann ist die Stimme identifizierbar? Schon eine ganze Weile, mein Bester. Achso, okay, dann zeig mir mal deinen Paragrafen. Ja, meinen Namen machst du bitte auch raus. Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Hast du auf den Namen Bleach zockt ein Anrecht? Ist das deine Identität? Ja, klar. Merkst du? Mach, was du willst mit dem Ding, mach, was du willst. Oh, danke dir. Passt schon. Ja, passt, danke dir. Ich wollte nur mal das Recht mit dem Rechten belehren. Ich weiß, alles ist hier gerade so unnötig, ja. Mach's gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei Gefangenen AP. Mach's dir gut. Ja, ich bleib weiter noch mit 16 Spielern, ne? Hau rein, tschüss. Ja, viel Spaß. Danke dir. Vergiss nicht schön zu payen, das ist immer wichtig. Ja, natürlich. Also, ich habe gerade noch eine Fufi Paysafe geholt. Die werde ich vielleicht direkt mal aufladen und werde dann auch gehören. Ist zwar als Witz gemeint, aber du selbst weißt, dass es bald passieren wird. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Einzelnen Port. Und ich hole mir jetzt auch demnächst noch einen zweiten Char, ne? Dann werde ich genauso ein B***er sein wie du. Viel kalt wie du immer überall, ne? Ja, ich sehe uns an IT, ja. Ich pisse noch ein bisschen auf deine Leichter. Bis gleich. Hallo? Oh, jetzt werden sie von der Stadt Los Santos exekutiert. Was seid ihr da für drücken? Warte, warte, ich will da was sagen. Kales, Franz auf eure Glatze. Bitte nicht exekutieren. Oh, sorry. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5 Abmins. Da sind ja auch nicht mal 5 Leute drauf. Keine Wunder, warum ich gar nicht empfunden habe, ganz alt. Aber Hauptsache 1, der ist drin. Da ist er wichtig zu meinem Lieber.